Herzlich willkommen zurück liebe Freunde zu einer neuen Folge. Wir spielen Final Fantasy 7 Rebirth. Ja, ich fahr schon mal los, denn wir haben einen weiten Weg vor uns. Wir wollen zur Gilgamesh Insel. Das ist dieser Samurai Kämpfer da mit seinen vier Arme, der dort auf uns scheinbar wartet. Das ist ein langer, langer Weg. Wir haben noch versucht die Nähmission zu machen, aber das ist jetzt mehr oder weniger, damit wir diese Attraktion im Golden, wie heißt das? Gold Saucer machen. Da haben wir eigentlich schon alles gemacht im Vorfeld. Ich möchte da jetzt nicht unbedingt noch mehr die ganze Zeit da irgendwelche Achterbahn fahren oder das gehört für mich jetzt nicht dazu. Ja, ich finde oder ich glaube, dass der, der es gemacht hat, somit unbedingt möchte, dass man seine Attraktion sich anguckt. Aber ich glaube, wir haben es im Vorfeld so oder so gemacht. Und ich glaube, das macht man auch einfach so, wenn man, äh, richtig spielt. Aber gut. Jetzt bin ich gespannt, was uns erwartet. Okay, ein bisschen Krams gefunden. Ich weiß echt nicht, was uns da erwartet. Ich weiß nicht, ob wieder ein komplett neuer Bezirk ist mit einer neuen S-Bar und neuen Dingen, die man dort finden kann. Oder ob es tatsächlich einfach nur, ja, jetzt so ein kleiner Bereich ist. Ist halt Open World, ne? Sieht ja einladend aus. Bitte seid vorsichtig. Bitte seid vorsichtig. Diese Insel ist ganz plötzlich aufgetaucht, als wir auf der Suche nach dem Brunno-Substanz waren. Gilgavision-Inseln. Wer weiß, was uns an diesem Horn erwartet. Mai! Mai! Wach auf! Äh, was ist denn los? Ich war gerade so schön im Schlaf, Brunus. Äh, wo sind wir hier eigentlich? Zuerst brauchen wir eine Analyse aller Kreaturen im Erleben. Okay, hört's gemacht. Es sind keine Daten vorhanden. Ich kann hier gar nichts tun. Verstehe. Jetzt bin ich wirklich neugierig. Ich erfange auf dieser Insel Signale von allen Protosubstanzen, die wir bisher entdeckt haben. Ich denke, unsere Soren werden sich langsam aber sicher ermelden. Bitte sei weiterhin auf der hohen Klampe. Tja, das sieht auf jeden Fall wirklich einladend aus. Und der Weg hat auch irgendwie kein Ende. Aber immerhin können wir durchfahren. Wir müssen nicht einfach noch über Berge und so latschen. Okay, da können wir anlegen. Das ist sie also. Die neu entstandene Insel. Erschaffen vom geheimnisvollen Gilgamesh. Sie ist in gutem Zustand dafür, dass sie versunken war. Ich vermute, dass das Meer sie vor Magnetfeldern geschützt hat. Doch wie wurde eine unbewohnte, vom Meer verschlungene Insel zur Schnittstelle mit einer anderen Dimension? Oh, ich möchte alles über diesen Ort wissen. Oh, tut mir leid. Was wir bisher als Protosubstanzen bezeichnet haben, sind in Wahrheit Teile der Genji-Ausrüstung. Und es gibt einen legendären Schwertmeister, der hinter ihnen her ist. Alle Fäden laufen hier zusammen. Wir sind des Rätsels Lösung ganz nah. Cloud, ich bitte dich. Finde sie für mich. Na klar, wenn es weiter nichts ist. Vermutlich sind wir jetzt genau bei der Burg, wo wir immer hingeschickt worden sind. Und endlich treffen wir uns wieder an diesem schicksalhaften Ort. Ich bin der Schwertmeister Gilgamesh. Heute ist der Tag, an dem ich zurückfordere, was mein ist. Der Guji gehört mir. Hey, hey. Hey, hey. Meine einst schöne und erhabene Genji-Rüstung. Wie schmerzhaft ist es, dich in diesem Zustand zu sehen. Unerhört. Habt ihr sie nicht gepflegt, oder was? Eigentlich war die schon so. Wissen die nicht, mit welcher Kostbarkeit sie es hier zu tun haben? Keine Sorge, mein armer Schatz. Ich kümmere mich um ihn, und nicht. Unser Entscheidungskampf wird noch warten müssen. Stattdessen ist es an der Zeit für die Härteprüfung. Stattdessen ist es an der Zeit für die Härteprüfung. Und für die Besudelung meiner über alles geliebten Rüstung. Stattdessen ist es an der Zeit für die Härteprüfung. Wir bringen sie wieder zum Glänzen. Natürlich, behalten wir sie im Anschluss. Zuerst müsst ihr aber unseren Kampf gewinnen. Werden wir. Klar. Über dein dummes Geschwätz lacht bestimmt die ganze Welt. Aber gut. Ich will mal nicht so sein. Nun denn. Sucht die Schreide der Härteprüfung. Beweist, dass ihr das Feuer in euch tragt, um Genji auferstehen zu lassen. Dass ihr mir dort ja euer Bestes gebt. Umso härter eure Schläge, desto schöner erstrahlt Genji. Geht. Eure Prüfung wartet. Kämpft und zeigt mir, dass ihr hier gewachsen seid. Leck mich doch. Ey, da bist du die ganze Zeit unterwegs. Um diese scheiß Protosubstanzen zu bekommen. Dann hast du sie und er schmeißt sie wieder weg. 65, 70, 65. Das sind wohl die ultimativen Prüfungen. Um die kümmern wir uns oder können wir uns dann im Nachhinein noch kümmern. Wenn wir denn stark genug sind. Jetzt wird das glaube ich wenig Sinn machen mit Stufe 45. Die sind 30 Stufen über uns. So, müssen wir mal sehen, wie wir das machen oder ob wir das überhaupt machen. Kann losgehen. Kann losgehen. So, dann müssen wir jetzt wo eigentlich hin? Wo sollen wir hin? In den Norden, ne? Hat er gesagt. Versuchen wir unser Glück. Wie gesagt, ich glaube, es hätte jetzt wenig Sinn gemacht, wenn wir auf Stufe 45 gegen Stufe 65 antreten. Da sind 20 Level zwischen. Ich glaube, das kann schon böse enden für uns. Jetzt wird mal sehen, wie viel Level wir hier noch erreichen und dann können wir ja immer noch mal dahin gehen. Zur Not. Ansonsten ist das gar nicht so relevant für mich. Welche Rüstung oder was wir da jetzt halt bekommen. Na klar macht es mich neugierig, was wir da jetzt erreichen würden, kriegen würden oder wie auch immer. Aber nun gut. Ich finde, wir haben jetzt auch schon sehr, sehr viele Folgen Final Fantasy gemacht. Das ist ja schon, weiß ich nicht, Folge 123 oder so. Ja, müsste 123 sein. Deshalb glaube ich, ist da noch irgendwann Schluss. Okay, wir scheinen den Punkt gar nicht so schlecht gesetzt zu haben. Vielleicht kriegen wir hier sogar noch ein Dings, wo wir wieder so Türme und so sammeln. Und S-Bar und Gegner und bla und blub. Gleich sind wir da. Schon aufgeregt. Freuen Sie sich nicht zu früh. Ich fürchte, dieser Tempel ist nicht das verheißene Land. Und was ist er dann? Der Ankunftsort des Propheten. Ein Geschenk an die Gläubigen. Ein monumentaler Wendepunkt in der Geschichte. Doch der Tempel ist nur die Bühne dafür. Keinesfalls mehr. Ziel lokalisiert. Okay. Nordwaldregion. Sicher, dass wir hier richtig sind? Mal sehen. Oh mein Gott. Oh! Oh, 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 oh. Hey, seht doch! Ja, ja. Okay, Matrosen, hisst die Segel! Wir haben doch gar keine Segel! Und außerdem sind wir keine Matrosen! Spiel doch mal mit, Mädel! Dann Luken schließen und gut festhalten, bitte! Ei, ei, Sir! Wie, jetzt tauchen wir oder was machen wir? Ach, ne. Auf zum nördlichen Kontinent. Die schwarze Materie ist natürlich noch ein Knackpunkt, ne? Mal sehen, was die so macht. Ah ja, da ist das Ufer. Du kannst danach nicht mehr zurück... Ich weiß nicht warum, aber ich glaub's ihm sogar. Machen wir einmal kurz die Energy voll. So... Oh, warte. Vielleicht gucken wir noch mal kurz hier. Okay, hat sich erledigt. Cloud ist nicht über den Dings gekommen. Ich dreh durch. Lass uns auch um die Tatsache weiter. Und dann! Ich versuch uns nach oben. Und dann! Ich versuch uns nach oben. Wait. Ich versuche das extrahlebe. Estamos mit ihnen nur hier. Dönlich. Und dann, ja. Und dann. Ich versuche das extrahlebe. Und dann. Das ist das extrahlebe. Oh ja, das ist. Oh, hier ist sehr viel Marko am Werk. Wow. Größtes Glück beschieden sein wird. Das ist... nicht das verheißene Land. Schließlich gibt es hier... Trauer. Und auch... Zorn. Es scheint uns zu rufen. Megaspray. So, da hat er die Kugel reingesteckt, ne? Abgesehen, dass wir hier wahrscheinlich die Marko-Vergiftung unseres Lebens bekommen werden, ist das eine richtig schöne Burg. Diese gierigen Schweine. Avalanche gesenken! Und Schiss! Was? Feuerbreich! Und Schiss! Los geht's! Das war's dann! Los! Und nochmal! Dann richtig schön Feuer rein. Brenne! 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 Jetzt geb ich alles! Brenne! 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 Vielleicht gar nicht so schlecht, wenn wir Udin holen. Hier kann er sich wirklich austoben. Red, könntest du vielleicht einmal ganz kurz... Schuss. Wir wollen sich nicht eben abholen. Wir sind in der Situation. Wir wollen Sie festlegen. Das wird ein heißer Hit hier. Aber wo gehen wir lang? Ich tippe jetzt mal hier oder vielleicht können wir auch auf beide Seiten lang gehen. Ich weiß es nicht. Okay, warte. Wir gehen erstmal da lang, weil da eine Tür ist. Ich weiß nicht. Ich gehe mal davon aus, wir kommen da nicht direkt rein. Okay, hier gab es Gemetzel. Das Werk von Ungeheuern. Was für ein Gemetzel. Eris, du und deine Freunde haben doch sicher eine Sondereinladung, oder? Ich bin eher nur zur Hälfte eine Cetra. Sorry, eine Sondereinladung gibt's nicht. Ich wollte euch ja eigentlich helfen, aber der Anblick hat mir die Stimmung gründlich versaut. Ich bleib draußen. In Ordnung. Vielen Dank für alles. Ohne dich wären wir nicht hier. Hey, ich mach mich nicht aus dem Stau. Ich werde hier warten. Wer bringt euch sonst zurück? Feigling. Ich weiß halt nur nicht, gehen wir da jetzt rein, oder? Gucken wir erstmal, was es hier gibt. Ich hab Angst, wenn wir da jetzt hochgehen. Also wir gucken erstmal. Wenn wir da jetzt hochgehen, dass wir dann hier nicht mehr zurück können. Deshalb würde ich mich hier vielleicht gerne einmal umsehen. Ah, guck, wir können links und rechts lang. Ah, guck mal, hier können wir auch lang. Können uns wahrscheinlich einmal rumlaufen, das machen wir auch. Bevor wir rein springen. Guck, da ist schon die Treppe kaputt. Das heißt, da ist kein Weiterkommen für uns. Schokobo können wir hier auch nicht rufen. Ich hab jetzt gedacht, dass wir vielleicht den nehmen können, mit dem wir über Wasser fliegen können. Aber der Plan scheint hier nicht zu funktionieren. Das Spiel scheint mir da zuvor zu kommen. Hat sich darauf eingestellt. Nochmal ein Übertrank. Und dann bleibt uns eigentlich nur noch rein zu gehen. Okay, ich wurde auf jeden Fall hart gemetzelt. Um die Rückkehr macht euch keine Sorgen. Die Bronco ist wieder top in Schuss. Okay, es bedarf drei Drachen für 1, 2, 3, 4, 5, 6 Soldaten. Okay, 6 sind gestorben. Wir wissen nicht, wie viele es tatsächlich gewesen sind, ne? Ich würde aber tatsächlich jetzt, bevor wir reingehen, die Folge noch einmal beenden, um uns frische 30 Minuten zu holen. Ich weiß, wir sind noch nicht so weit. Wir haben jetzt 27 oder knapp 28 Minuten. Aber ich hab achten, dass ich wieder so eine ewig länge Videosequenz kommt. Und dann sind wir wieder bei 45 Minuten, 50 Minuten Folge. Und das will ich nicht unbedingt. Deshalb machen wir hier einfach nochmal einen Klapp. Morgen geht es direkt weiter. Ich würde mich freuen, wenn du wieder mit dabei bist. Lass mir gerne was da. Pass auf dich auf, wenn du Bock hast. Dann sehen wir uns morgen. Ciao, ciao. Ciao, ciao.